Wusstest du, dass sich in Deutschland jedes Jahr über 200.000 Menschen mit Botox und Hyaluronsäure die Falten im Gesicht wegspritzen lassen? Eine Unterspritzung mit Hyaluron kostet dabei im Schnitt 300 Euro. Teurer Spaß, oder? Und das muss regelmäßig wiederholt werden, weil sich die Hyaluronsäure wieder langsam abbaut. Es geht aber auch preiswerter. Viel preiswerter und ohne Schmerzen. Du kannst nämlich Hyaluronsäure ganz einfach schlucken und hast ähnliche Effekte wie bei der Unterspritzung. Allerdings musst du hier auf drei wichtige Dinge achten. Erstens, die Hyaluronsäure muss pharmazeutische Qualität besitzen und mikromolekular sein. Zweitens, die Hyaluronsäuremoleküle müssen mit einem Carrier-System zu den Hautzellen transportiert werden. Und drittens, die Dosierung muss stimmen. Lass uns alle drei Punkte einmal genauer betrachten. Die Sache mit der pharmazeutischen Qualität ist schnell erklärt. Es ist die höchste Qualität, die du dir zuführen kannst. Und da solltest du null Kompromisse eingehen, denn schlechte Qualität sorgt für schlechte Ergebnisse. Aber was bedeutet mikromolekular? Das ist ein wichtiges Wort, um die besten Resultate zu erzielen. Die Hyaluronmoleküle müssen mikromolekular, also klitzeklitzeklein sein. Je kleiner sie nämlich sind, desto mehr können die einzelnen Hautzellen aufnehmen. Und desto besser werden so die Falten von innen aufgepolstert. Kommen wir zum Punkt 2. Die Hyaluronsäuremoleküle müssen mit einem Carrier-System, also einem Träger- oder Transportsystem, zu den Hautzellen transportiert werden. Das ist sehr wichtig, weil die Hyaluronsäure extrem empfindlich auf die aggressive Magensäure reagiert. So werden mindestens 50% der Hyaluronsäuremoleküle auf dem Weg zu den Hautzellen von der aggressiven Magensäure zerstört und erreichen leider nicht ihr Ziel. Das kann man verhindern, indem man die Moleküle in Spezialpresslinge verpackt, die der aggressiven Magensäure standhalten und sich erst im Darm auflösen und so über den Blutkreislauf dann zu den Hautzellen gelangen. Diese Spezialpresslinge fungieren also als Wirkstoff-Taxis, die die Hyaluronsäuremoleküle sicher und geschützt zum Ziel bringen. Und zum Schluss muss natürlich die Dosierung stimmen, sprich entsprechend hoch sein, damit die Hautzellen sich ordentlich mit den Molekülen vollsaugen können und so die Falten auch wirklich verschwinden. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, wo du ein solches Produkt bekommst, das all diese elementar wichtigen Kriterien erfüllt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst nicht lang suchen. Du bekommst es hier im Shop. Es heißt Hyaluronsäure MM und erfüllt alle Punkte, die wir gerade besprochen haben. Dieses Produkt hat bereits Millionen begeisterte Anwender optisch um viele Jahre verjüngt. Du wirst begeistert sein.